bevor das video beginnt, würde ich mit einer positiven Bewertung freuen, teilt das mit jedem, mit Familie, Hunde, Katzen, Freunde, Boyfriends, Girlfriends, Playstation 4, Fernseher, einfach alles, und jetzt, Leute, werde ich, ich bin so dumm, jetzt werden wir uns bei Video sehen, bis gleich, Hallo, meine Leute, das ist eure Katja Krasiwitsch, das ist ein Meister, warte, bin ich gerade hier, nee, 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 Fehler, warte, von vorne, yo, Leute, was geht ab, Freunde, von Minecraft, ich bin eure, Lolo, hey, schon wieder Fehler, falsche Begrüßung, jetzt, jetzt kommen wir aber zur echten Begrüßung, yo, Leute, was geht ab, GTA, Freunde, ich bin's, euer XXGameZocker, und, ja, Ja, wie ihr schon sehen könnt, mein Gesicht, zweite Folge, jetzt habe ich sowas, keine Ahnung, was ich quatschen soll, ich hatte zu richtig Bock drauf, ein Video zu machen, wieder, mein wunderschönes Gesicht, einfach, und, ja, wie ihr schon sehen könnt, habe ich ein Kopfhörer am Start, weil ich bin gerade in einer Party drin, mit meinen Freunden, labern, die hören, die hören mich gerade zu, wie ich labere, Ja, und jetzt weiß ich, ehrlich zu sagen, nicht, wieso ich jetzt das Video gestartet habe, ich hatte irgendwie so richtig Bock, zweites Video zu machen, ah, jetzt kann ich mich erinnern, also, wie ihr schon alle sehen könnt, meine neue Begrüßung, also, die nicht mehr, die geht so, also, die ich jetzt, hallo, meines Wissens, morgens, Kathi, und dann, nee, Fehler, und dann wieder, ja, dann Lolo, dann wieder Fehler, und dann, die Begrüßung ist da voll geil, die benutze ich jetzt, voll, äh, für ein bisschen länger Zeit, Und meinen neuen Namen, also, xx, äh, gameszocker, xx, Lolo, ich hatte irgendwie keinen Bock mehr auf Joran, Lolo, also, Okay, Leute, und wie ihr schon mal sehen könnt, meine, mein altes Intro, das tue ich jetzt nicht löschen, also, das tue ich, das Intro habe ich im Herzen drin, also, das lasse ich einfach, das Tue, dass ihr euch alle für mein altes Name erinnert, dass ihr nicht mein altes Name vergeht, Okay, Leute, und, ja, so, ich habe das erstellt, auf jeden Fall, ja, ich bin cool, Mann, ich kann alles, Digga, ich erstelle, ich erstelle, ich erstelle nichts, okay, und, so, ja, dieses Video wollte ich jetzt schon wieder auf mein Gesicht zeigen, und, ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt Hashtag Wrestling 2018, oder, ähm, Hashtag www2k18, also, 18, äh, oder ihr schreibt einfach, äh, Hashtag Ketschen 2018, wählt euch eines aus, oder ich könnte einfach direkt alle drauf schreiben, wenn ihr so cool seid, okay, und ich schaue die ganze Zeit auf meine Kamera, Mann, auf mein Handy, Okay, Leute, bis jetzt wieder auf mein Handy gefallen hat, tschau, hier ist eure schöne Katja, hier meine Titten, tschau!